Ein paar Tricks für alle Bratans und Bratinas, um mehr Ausstrahlung zu haben. Erstens solltest du auf deine Körperhaltung und dein Auftreten achten. Eine aufrechte Haltung und ein selbstsicheres Auftreten wirken attraktiv und sorgen dafür, dass du mehr Ausstrahlung hast. Zweitens ist Selbstvertrauen ein wichtiger Faktor für mehr Ausstrahlung. Arbeite daran, dein Selbstvertrauen zu stärken, indem du dich selbst lobst und positive Gedanken hast. Drittens ist es wichtig, authentisch zu sein. Eine aufrichtige und authentische Persönlichkeit wird von anderen geschätzt und sorgt dafür, dass du mehr Ausstrahlung hast. Vermeide es, jemand anders zu sein und sei einfach du selbst, Bro. Viertens solltest du Negativität vermeiden. Positivität ist ansteckend und sorgt dafür, dass du mehr Ausstrahlung hast. Versuche immer das Beste aus jeder Situation rauszuholen und vermeide negative Gedanken und Gefühle. Und schließlich ist gute Kommunikation wichtig, um Ausstrahlung zu haben. Arbeite daran, deine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, indem du gut zuhörst und dich deutlich ausdrückst. Vergiss nicht, deine Ausstrahlung hängt davon ab, wie gut du dich mit anderen mitteilst und wie gut du ihre Bedürfnisse verstehst. Mit diesem Trick im Hinterkopf wirst du sicherlich mehr Ausstrahlung haben und von anderen positiv wahrgenommen werden.